Das bin ich, Marja Rauhe. Mach schon, ja. Hallo Kinder. Was riecht denn hier so? Das sind ja wirklich lustige Namen. Ich hab Hunger. Puppenspielerin und Erfinderin der Colin-Kleff-Geschichten. Nur auf den Korb. Werte wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft oder auch Mut werden auf humorvolle Weise vermittelt. Aber ich bin doch erst sechs Jahre alt. Oh, bitte, du musst ihm helfen. Dann hol doch ein Fünfjähriger. Mit Klappmollpuppen, Handpuppen und Requisiten aller Art lasse ich meine Geschichten lebendig werden. Kindgerecht, interaktiv und lustig. Das ist doch nicht altes Brötchen, oder? Kommt doch mal vorbei. Das ist doch nicht klar. Das ist doch nicht vollkommen. だ sie 영hласти... Ja.